So und hallo und herzlich willkommen, Mats am Start und wir müssen jetzt endlich mal das Drogenlabor markieren, also dort eine Kamera platzieren. Ja und das wäre jetzt die Aufgabe. Ja, jetzt geht es mit zwei Nothen. Aber ich hasse die Quest langsam, schon so oft versucht sie zu machen, aus allen möglichen Richtungen, von hinten durchs Gebirge, hinten, dann am Bahnhof vorbei. Jetzt versuche ich es halt von vorne, sodass wir unten an dem Rauggebäude, was am Wasser steht, da uns vorbeifleichen, auch schon ein paar Mal aufs Maul gekriegt. Ich habe das hier, da uns vorbeifach, aber ich habe das hier, da uns vorbeifach, dass ich hier, da uns vorbeifach, dann habe ich das hier, da uns vorbeifach. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Ist klar, Junge. So. 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 Das war's für heute. 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 Das ist nicht normal. Das war's für heute. 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 Also, weil ich's muss die Arschteiken hier umlegen. Quatsch's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, halt doch das Maul. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Willst du mich verscheifern? Du siehst mich doch gar nicht mehr, du Vollhorn. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo ist jetzt das scheiß Labor? Was ist dieses Labor? Wo ist das? Was 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 ist das? Das ist das Labor, Junge. Was ist das? Oh, das war ja vorne auch hier hinten. Was ist das? 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 Jetzt versuchen zum Zug zu kommen. Oh, ich glaube ich darf es schon wieder weg aufbauen. nein nicht stehen bleiben bist du des wahnsinns ist das dieser scheiß zu ist das der zug du willst mich doch verarschen das ist doch wieder bloß der abgekoppelte wakon oder was nein also endlich geschafft ich drehe durch ich fasse es nicht das war eine qual jetzt Also sitze ich jetzt in dem Zug oder nicht? Zuletzt war er sich auch in einem Hänger und der war irgendwie abgekoppelt. Müsste doch jetzt langsam herausfahren. Jetzt. Oh, endlich. Oh, geschafft. Oh, es ist Wahnsinn, wie oft ich das versucht habe. Es kann man sich gar nicht mehr an zwei Händen abzählen. Zwei Rooks, drei Rooks, vier Rooks, zwei Ju6. Zwei Rooks, vier Rooks, vier Rooks. Zwei Rooks, vier Rooks.